Liebe Zuschauer von Hochzeitsmesse TV, wir sind heute in Füssen. Ich stehe gerade am Stand von Atelier Rau. Erzählen Sie mir, was ist das Besondere an Atelier Rau? Sie können bei uns ganz individuelle, maßgeschneiderte Sachen bekommen. Der Kunde kommt zu mir, hat eine gewisse Vorstellung, einen Wunsch, bringt ein Bild mit und sagt ja, wir sollen das verwirklichen. Das machen wir sehr gerne, wenn der Kunde aber noch nicht weiß, was er möchte, entwerfen wir gemeinsam im Atelier. Wir haben Journale. Wir haben viele Möglichkeiten, dann gemeinsam mit ihm was zu entwerfen und das Traumgleit oder Traumanzug zu gestalten und zu verwirklichen. Das klingt ja total interessant. Ich denke mir, da gibt es doch bestimmt tausend Möglichkeiten, so ein Gleit zu entwerfen. Können Sie wirklich alles schneidern? Ja, also ich sage ja. Wir haben noch nie, irgendwie bin ich vor eine Grenze gestoßen, wo ich sage, das kann ich nicht verwirklichen. Also wir sind da wirklich versiert, den Kunden alle Wünsche zu erfüllen. Wie weit muss ich denn vorher zu Ihnen kommen, um so ein Kleid mir schneidern zu lassen? Also gut sind drei bis vier Monate. Wir haben natürlich auch schon mal ganz kurzfristige Sachen gemacht. Wenn es möglich ist, erfüllen wir auch das dem Kunden den Wunsch. Aber es ist natürlich auch, ja, muss alles machbar sein. Es dauert seine Zeit. Aber es ist immer besser, wenn man drei bis vier Monate zuvor kommt. Das ist für den Kunden auch ganz gut, weil er einfach weiß, okay, ich gebe das in den Händen der Damen im Atelier. Ich muss mir um nichts mehr kümmern. Ich muss nur noch zu den Anproben kommen. Das ist ja interessant. Und wie ist das? Können Sie mir auch für meine Brautjungfern und für meinen Mann was schneidern? Selbstverständlich, ja. Wir machen Brautjungfern, Brautmütter kleiden wir ein. Wir machen auch ganz normale Dirndl, Alltagssachen. Gut gehen auch die Dirndl bei uns, die Brautdirndl. Also sind wir auch sehr versiert, tolle Sachen zu machen. Einfache, schlichte, genauso gar sehr opulente Sachen. Das ist auch gerade ein sehr großer Trend, weil das Tragen eines Dirndls, das hat ja auch mit einem gewissen Lebensgefühl zu tun. Und das finde ich auch ganz, ganz wunderschön. Und es macht auch viel Spaß für die Kunden, immer individuell gestaltete Sachen zu machen. Wo ist denn Ihr Atelier? Wie kann ich Sie denn finden? Wir sind in Königsbund. Das ist kurz vor Augsburg. Von Füssen aus ca. eine Stunde zu fahren. Und wenn ich mich jetzt für Sie genau interessiere, hätten Sie vielleicht auch für unsere Kunden ein E-Mail-Interesse, an den Sie sich wenden können? Selbstverständlich. Das ist info.atelier-rau.de. Super. Ganz herzlichen Dank.